Liebe Studierende, heute möchte ich mich noch mal ganz explizit an Sie wenden. Auch Sie spüren in Ihrem Studienalltag nach wie vor die Auswirkungen unseres Hackerangriffes. Wir arbeiten an vielen Dingen parallel, gerade mit Hochdruck. Ganz konkret kann ich Ihnen sagen, dass wir davon ausgehen, dass zum Beispiel VPN ab dem Wintersemester wieder funktioniert, dass Sie zum Beispiel dann auch von zu Hause aus wieder auf die Bibliothek zugreifen können. Wir werden auch die Validierung der Studierendenausweise, auch das sollte zum Wintersemester wieder funktionieren. Hier müssen neue Geräte bestellt werden. Das dauert ein bisschen. Alle anderen Dienste, die sukzessive wieder für Sie verfügbar sind, finden Sie wie alle weiteren Informationen immer noch auf der Homepage unter der Seite Restart.